Freiheit, liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, Freiheit ist nichts für alle. Freiheit ist etwas für jede Einzelne, für jeden Einzelnen. Das ist ein wichtiger Unterschied, denn jeder Mensch hat seine eigenen Ideen, Wünsche, Vorstellungen, wie sein Leben aussehen soll. Und um das umzusetzen, braucht es Impulse, braucht es Inspiration, aber auch die Offenheit für Neues. Und ganz besonders braucht es das Zutrauen in sich selbst, etwas leisten zu können, etwas wagen zu können. Der Schlüssel dafür ist Bildung und ich, keine Überraschung, betone besonders kulturelle Bildung, weil sie Persönlichkeitsbildung ist. Und das müssen wir leisten und wir leisten das in dieser Legislatur. Wir haben die Bibliotheken sonntags geöffnet. Wir haben eine Musikschuloffensive gemacht. Wir schaffen ein Programm für dritte Orte im ländlichen Raum. Wir führen das Jekids-Programm wieder zurück, nachdem Rot-Grün es eingedampft hat. Und, liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir sind noch nicht fertig. Ich möchte auf diesem Weg mit Ihnen, mit Euch, für die Bürger in NRW weiterarbeiten. Mein Name ist Lorenz Deutsch. Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet. Ich habe Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaften studiert, an den Universitäten in Köln und Düsseldorf als Dozent für Altgermanistik gearbeitet, bin Kreisvorsitzender in Köln und darf seit 2017 als Sprecher für Kultur in unserer Landtagsfraktion mitarbeiten. Weil Sie mir das Mandat dazu gegeben haben und ich bewerbe mich heute sehr gerne wieder und würde mich über Ihre Unterstützung sehr, sehr freuen. Vielen Dank.